so da sind wir wieder geht direkt nahtlos weiter in der aufnahme hier in der aufnahme session wir sind immer mit dem beknackten rätsel dran er ist so beknackt ich habe jetzt okay guck mal sie ist jetzt haben wir das schon mal drin das problem ist der hier muss in einen von den beiden reihen es ist so ein beschissenes rätsel na nicht hin da ich bin kurz davor den überspringen button zu drücken jetzt habe ich keine ahnung wie es jetzt gemacht hat ja dann hier fehlt eine murmel manschettenknöpfe gartenschere schachfigur käse messerflasche käse flasche schlinge da ist der handschuh nächsten schrauben schön macht katz und süßes geräusch siehst du sie da ist die schildkräuter ein schatten knippe da ist die schachfigur das messer ich versuche klickt doch doch mal drauf sind sie nicht so angerufen da vibriert der tisch doch nicht da waren sie hier fehlt die linse dartpfeil schlüssel fahrradhupe kält teddy fächer löwenkopf taschen da ist ein dartpfeil da ist ein dartpfeil nein das stimmt da oben ist auch noch ein dartpfeil ja das ist sie heute so schön wir ganz hat die begriffe zu da ist ein dartpfeil zwei schlüssel brauchen wir auch noch zwei schlüssel und eine feder nicht dass sie jetzt auf einmal drei normale federn haben das jetzt auch wenn man sprung fehler oder so hat man für die ist ja bei dem bildübersetzung ist der fehler immer gleich die schlüssel naja da ein schlüssel eine feder ich habe drauf gedrückt ich habe da ist der schlüssel ja war zwar nicht das weiße aber obere löwenkopfhälfte so hier sich ab da haben wir die linse drin ach der markiert mit punkt der monster hat unsere magie zu dir durchdringen lassen unsere hellseherin sagt dass du in dem haus einer eins wichtigen familie bist vor über 100 jahren verschwand ihr kind die hellseherin sagt dass das kind noch lebt aber in einem monster verwandelt wurde sie hat es gesehen wir wissen dass kein zauber für immer wird dies ist das gesetz der magie finde das kind und du findest das böse welches diese stadt heimsucht dicke brüderkram was haben wir da ich wähle zwar keine murmel aber that's what she said so wollen wir denn noch eine aktion der puppen in der dorfmitte ist was ach gut hier das ah ja nein da gehört auch eure löwenkopfhälfte in der puppenwerkstatt ist was zu tun ah hier bediene die schalter um die lichte anzumachen ach du liebes bisschen ach du liebes bisschen dann ist das hier das ist hier 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 Vielen Dank. Wir müssen hurry. Wir haben nicht viel Zeit. Er wird mir kommen. Es sind die Crystals, die er will. Und meine Wissen von ihnen. Du musst sie finden. Ein nur Gem kann erzeugen seine Progresse und erzeugen seine Magik. Aber nur kurz. Das ist der Grund, er war nie voll unter seinen Kontrollen. Der Amor, possess all und performe die... Ich habe dich jetzt gesehen. Soon, du wirst von meinen Stringen allein mit dem anderen. Der Puppenspieler zu sein. Wir hoffen, dass diese Nachricht dich rechtzeitig erreicht. Unsere Kommunikationen werden von irgendjemandem unterbrochen, sodass wir nicht wissen, ob dich unsere Worte überhaupt erreichen. Du musst extrem vorsichtig sein. An sonderbare, aber machtvoller Kraft beobachte dich. Abor Shire wurde in totale Finsternis geworfen und ein magischer Umhang hindert uns daran, dich zu erreichen. Wir stehen im Moment vor der Barriere. Du bist jetzt auf dich allein gestellt. Trotz unserer Dominierung. Okay, hier fehlt was. Da haben wir jetzt ein Wimmelbild. Dominostein, Steckpalme, Vogelkralle. Das Bild hatten wir ja schon mal. Elixier, Eisenfaust, Kleeblatt. Schleife, Kurbel, Rad. Kurbel. Schleife. Steckpalme. Lebst du noch, Schatz? Mhm. Sie muss noch eben ihrem Lover schreiben. Gute Antwort. Da ist die Kurbel. Einmal Elixier. Nochmal Elixier und nochmal Elixier. Ein Kleeblatt. Haben wir da? Eine Schleife. Ein Kleeblatt. Steckpalme und Vogel. Wie sieht denn eine Stechpalme aus? Ja, so ein Traumpein. Achso, die so an den Stränden immer steht. Und ein Dominostein, so ruhig auch. Da ist der Dominostein. Dann brauchen wir noch eine Schleife. Ich gucke jetzt erstmal die Schleife. Ist das die Schleife? Ah, das war die Stechpalme. Okay. Und jetzt die Schleife. Ach, da ist die Schleife. Und jetzt noch die Vogelkralle. Ach. Wir haben eine Kurbel bekommen. Die Schleife. Du kannst nicht mehr, mein Kind. Du schweigst jetzt. Du schweigst jetzt. Du schweigst jetzt. Das ist jetzt. Aber mein Herz, Groros. Das ist jetzt. Im Moment. Wir hatten keine Gedanke, als wir dich hierihin liehen, dass dein erste System die Gespräche wäre so Crawl. Der Grunde auf der Stadt haben sich versprochen. Aber diese Schleife ist fortgelegt. Wir machen, was wir können für unser Freund. Du musst finden eine Beziehung zu retten, bevor er uns alle. Seine Magie ist zu stark, um direkt zu treffen. Use die Fähigkeiten, die wir dir taughten. Es gibt immer noch einen anderen Weg. Trägt ruhig, mein Freund. Habe ihn nicht überrascht. Auch noch Schleuderglasauge. Kuckuck. Schiff, Fisch, Wolf. Schiff. Fisch und Wolf. Schmetter, den brauchen wir auch. Der ist da. Eine Schleuder. Ein Wolf, genau. Den suchen wir auch. Da ist der Fisch. Da ist der Wolf. Hm. Das war C. Da war die... ... 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